So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich zwar immer noch nicht beruhigt, aber ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein. Vorher aber nochmal herzlich willkommen zurück zu L.A. nochmal. Ach, möchte einer rauchen? Ich will da nicht rein. Ich will da wirklich nicht rein. Aber wir müssen da wahrscheinlich rein. Es ist auch zum Glück nicht dunkel. Man sieht zum Glück sehr viel. Alter, ist das schlimmer als in einem Horrorspiel? Ganz ehrlich, ich habe gerade voll Panik. Okay, ich habe bisher auch nur hier One Late Night gespielt. Ach, Rusty ist ja ganz mutig unter uns. Du machst die ganze Spannung kaputt, Rusty. Ich habe da gar nicht Panik vorgehabt. Wir sind so grau. Ich sollte mir einen anderen Anzug anziehen, damit wir etwas unauffälliger sind. Eine Kerze. Eine Kerze. Die Erleuchtung. Wenn auch nur durch eine Kerze. Schade. Ähm. Tag, Rusty. Hallo. Ich habe Angst. Ich will da... Nein, nein. Keine Zwischensequenz. Böse. Ganz böse. Keine Zwischensequenz. Bitte nicht. Ich habe Angst. Was? Was? Ich habe Angst, wo ich sie sehen, oder ich werde wiederholfen, den Stucco mit Ihren Entrailen. Wir sind vom LAPD, Herr. Ich werde nur einmal sagen, dass Sie einmal einmal zu reduzieren, Ihre Weaponen. Der LAPD, Sie sagen? Ist wirklich möglich, dass Sie mich gefunden haben, nach all dieser Zeit? Wie interessant. Schau mal die Räufe, Böse. Letzte Warnung. Dieser bürgerig ignoranzer kann mich niemals gefunden haben. Es war Sie, oder? Erinnerst du mich, Detektiv? Der Temp-Bartender. Ja, Sie haben mich gefunden. Sie wissen, was ich von mir kann, und zwar schaust du hier in, wie Lampen, in der Schraubung für die Schraubung. Wir sehen uns über das. Mami, 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 wo ist der hin? Müssen wir ihn jetzt abknallen? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Absolut keinen Plan. Links, was? Links, Steuerung und W. Ich habe Angst. Der steht einfach so da. Dann gehe ich mal raus aus der Deckung. Wo ist denn der? Hilfe. Hilfe. Der war doch da. Und ich will nicht schon wieder 10 Zwischensequenzen rausschneiden, weil wir uns das 10 Mal angucken müssen, weil ich 10 Mal fail. Ja, darunter wahrscheinlich, Kollege. Das Haus, welches Haus ist es so dunkel hier? Ich stehe jetzt einfach mal hier und richte erst mal ein paar Worte an euch. Ähm, nein, mache ich nicht. Ich habe Angst. Wo denn? Da. Fensterscheibe. Da ist es kaputt. Da kannst du durch, Kollege. Ich weiß gar nicht, was der meint, weil es so unsagbar dunkel ist hier. Da ist ein Eingang. Was ist hier? Hier ist nichts. Wir müssen wirklich hier lang? Okay, das Feuer ist nicht böse. Ja gut, Beweise suchen brauchen wir eigentlich nicht, auch wenn ich das gerade gerne tun würde. Oh, ich habe gerade voll Angst. Hilfe. Hilfe. Er hat sich ein bisschen im Schrank versteckt. Rusty. Hilf mir doch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin echt voll verzweifelt, ich habe echt voll Angst. Was haben wir da? Da eine Tür hat aber, komm mal her. Ja, okay. Mäh. Ich bin gerade voll verzweifelt. Da ist eine Tür, die aufgeht. Hilfe. Hallo. Äh. Der Typ ist krank. Krank ist schon gar kein Ausdruck mehr. Der Typ ist, das ist... Das ist nicht mehr krank, das ist... Das kannst du nicht in Worte fassen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das brauchst du mir nicht nochmal zeigen. Bäh. Reicht mir. Ich muss mir was anderes sehen. Hilfe. Genau, da springe ich jetzt rein. Mami, Mami, ich habe Angst. Ich glaube, wir müssen. Welche Richtung? Da wahrscheinlich. Da ist eine Kerze. Bist du da? Bist du das da? Nein. Machen wir den hier genau. Ich habe gerade voll Panik. Hallo? 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 Ich habe gerade voll Angst. Mäh. Bist du da? Bist du da? Wir haben beides eine Waffe. Ja, das ist ein... Das haben wir gemeinsam. Mäh. Bleib doch in der Deckung. Mäh. Der Typ ist gefährlich. Und er kann mit Waffen umgehen. Mäh. Oh. Da. Kommt ein Schuss an. Und ich sehe ihn nicht. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Wo ist er hin? Gut, da wahrscheinlich nicht anscheinend. Okay. Ich habe schon verstanden. Ich sehe halt nix. Da drin? Nein. Da, da, da ganz bestimmt nicht. Ich habe gerade voll Angst. Ich kann gerade nix sagen. Welche Seite? Da ist was. Und da ist... eine leere Band. Mein Comfortable ist ein bisschen anders. Muss ich zugeben. Ganz ehrlich. Bist du da? Hallo? Vor allem, ich kenne mich hier nicht aus. Da ist er auch nicht. Aber da geht es weiter. Ich folge dem Typ mit... Ich habe Angst. Da ist nix drin. Oh, das ist so dunkel. Menno. Das Spiel macht mir Angst. Wo müssen wir da hin? Vor allem, ich brauche auch gerade voll ewig. Es tut mir voll leid. Aber das... Spiel möchte anscheinend gerne, dass ich... sehr weit... laufe. Im Dunkeln und Ungewissen. Da auch nicht. Nö. Das heißt, ich gehe immer ein bisschen vorsichtig davor, weil... Hallo? Auch nicht. Ich sehe es da bei rund 2.0. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ich sehe immer bloß Wände. Ich habe gerade absolut keinen Plan, wo wir hin müssen. Weil es einfach so unglaublich dunkel ist. Da vorne geht es weiter. Da ist nur so eine Einkerbung. Da ist auch nur so eine Einkerbung. Da können überall Stehen und uns einfach abknallen. Da ist auch nur so eine Einkerbung. Und da ist eine Treppe. Da ist nur so eine Einkerbung. Und da ist eine Treppe. Ich sehe einfach nichts. Oh. Da bist du auch nicht durch, oder? Nö. Hä? Ich bin gerade dezent verwirrt. Oder geht es nur mir so? Warte mal, ich stelle mal ganz kurz. Okay. Ich bin intelligent. Ich wollte gerade sagen, ich stelle gerade mein Bildschirm heller, aber dabei habe ich ein bisschen ausgestallt. Ja. Ich mache mal ganz kurz. 2.060 sehe ich eh nichts. Und da kommen wir hier nicht vorwärts, ne? Ja. Wo haben wir es denn? Da. Dann haben wir Eingabe. Helligkeit. Machen wir mal. Was? Was? Josh cheatet in dem Spiel. Nein, tut mir leid. Ich sehe halt einfach nichts. Weil ich mein Bildschirm eigentlich immer so dunkel eingestellt habe, ähm, dass er nicht so hell ist. Und jetzt ist es auch viel weniger gruselig, muss ich dazu sagen. Hier geht es auch noch lang. Okay. Oh! Ähm. Hallo? Oder kommen wir da her? Warum ist hier Licht? Warum ist hier ein Licht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wo der Typ hin ist. Er macht mir immer noch Angst. So, also wir kommen ja im Endeffekt von da links. Da kommen wir her. Dann sind wir hier gewesen und sind da durch. Jo, dann sind wir... Da ist bloß eine Sackgasse. Genau. Und dann hat sich... uns dieser Gang hier eröffnet. Da geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. So, schau mal, bevor wir weiter. Ganz systematisch durchgehen. Da geht es nicht rein. Und in irgendeinem Gang steht der jetzt und knallt uns ab. Jo, dann müssen wir nach da vorne. Und da geht es nur in die Richtung. Okay. Dann ist hier links zu. Dann können wir nur da weiter. Dann können wir hier weiter. Dann nach links. Waren wir da schon mal? Oh, da geht eine Treppe hoch. Das macht mir Angst. Jetzt fühle ich mich wieder etwas unsicher, muss ich dazu sagen. Gut, das ist wieder niemand. Das ist wieder niemand. Okay, das heißt, wir können einfach durch da. Dann stellen wir uns nochmal hier an der Wand. Schauen wir mal. Da ist auch niemand, aber da geht es raus anscheinend. Ne, andere Deckung, bitte. Und ich glaube eher die andere Richtung. Ich gehe trotzdem mal hier lang. Vielleicht geht es da auf. Eigentlich würde ich gerne einfach nur raus hier und einfach nur an die Oberfläche atmen und ganz fröhlich zu Hause sitzen. Hallo? Ah! Nami, Nami, der ist da. Wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Boah, mein Herz. Mein Herz. Wo ist die Presse, Gap? Ich glaube, Phelps und ich sollten ein Medal für das bekommen. Und das muss der Fall des Jahres sein, oder? Der Fall des Jahres, wenn du es denkst, dann endest du es. Ja, Skipper. Gut. Denn es gibt keine Presse Briefen, oder Kommendationen. Was bist du? Wir haben den Werewolf, der Mann, der die Dahlia hat, hat alle anderen Broads. Du hast niemanden. Mason war ein Geist. Kannst du uns zumindest sagen, warum, Captain? Mason ist der halbbrother von einer der höchstenswerten Ereignisse in diesem Land. Wie hoch? Beyond der Moon, für mere mortals wie uns, Rusty. Da wird nichts mehr mentioniert. Die Stadt Aber es wird nichts mehr geben. Aber es wird nichts mehr geben. Was wird die Begründung der Begründung der Begründung, Captain? Ich werde nicht ein Teil davon sein. Ein bisschen missen von der Grand Jury. Ein Procedural Error hier, ein Mistake hier. Sie werden alle quietly verletzt. Die D.A. weiß, wie wir es haben. Das ist es? Ich bin Angst, es ist. Und ich habe etwas Neues für Sie, Phelps. Ach, das ist eine Beförderung. Ich habe gedacht, wir wären jetzt irgendwie abgeschoben, weil wir... Okay, es ist immer noch etwas verwirrend. Ich bin immer noch etwas verwirrt. Die Kunst des Mordens ist auch einfach freigeschaltet. Fallbericht. Gut, Fahrzeugschaden ist natürlich ein bisschen, also ausgezeichnet. Wunderbar. Der Fall der Dahlia, der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Okay. Ich würde sagen, das war es dann und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Let's Play von L.A. Noire. Ja, können wir auch ein bisschen weiter. Ich esse auch noch ein bisschen was und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiterspielen. Im Sitten Dezernat Hollywood Revier Division 6. Ah, wir sind dann links oben auf der Karte. Finde ich auch ganz interessant. Okay. Dann kann ich mir ein Bildschirm wieder dunkler stellen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Let's Play von L.A. Noire. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.